Hi Leute, ich bin Ava, willkommen bei alles. Ihr mit Ava, bist du mal dabei? Hello! Oh mein Gott, du bist zum ersten Mal dabei? Haha, falls ihr mich nicht kennt, ich bin eine Mama von Ava. Ich habe auch einen Namen, aber den verrate ich euch nicht. Wir machen heute was ganz Besonderes in Adopt Me. Wir machen eure Dares, eure Mutproben. Wir haben euch nämlich gefragt auf YouTube und auf Instagram, was soll Ava in Adopt Me oder Brookhaven mal machen? Ihr habt uns ganz viele Vorschläge geschickt und ihr habt fast alle gesagt, ihr soll es in Adopt Me machen. Und wenn das also gut ankommt und euch gefällt das, dann machen wir das vielleicht sogar auch nochmal in Brookhaven. Es sei denn, du bist jetzt nicht zu peinlich berührt und sagst, das mache ich nie wieder, du musst vom Psychiater. Also lasst uns einen dicken Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, bevor wir das erste Daer machen, gehen wir mal in deine Gruppe und machen zwei. Shoutouts. Okay, gut. Du versteckst dich schon. Ich bin sehr kurz. Man denkt, oh, ich bin so groß und dann, oh, sehr kurz. Ich habe mich schon gewundert, warum du da nur so halb über den Balkon guckst. Ja, das habe ich mich auch gewundert. 54 Town Members. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Komm, mach mal, it's a why. Der Helle Wahnsinn. Ja, das ist der Helle Wahnsinn. Übrigens haben wir jetzt auch ein neues T-Shirt. Unser zweit ist es richtig süß, so ein weißes Bobble-T-Shirt. Und T-T-Shirt? Ein weißes Bobble-T-T-Shirt mit noch einem normalen Bobble-T-T-Shirt. Aber darüber reden wir gerade. Nein, das könnt ihr euch auch in der Gruppe abholen. Auf jeden Fall gibt es jetzt zwei Shoutouts. Dann auf in einen Public-Server. Und wir machen die erste Mutprobe. Die erste Herausforderung ist, Zieh in Adopt-Me das Elsa-Kostüm an und gehe in die Mitte und schreibe einen Teil vom Lied der Eiskönigin und schaue, ob Leute darauf reagieren. Hier, hab's. Yay. Warte, wir brauchen auch eine hellere Haut. Ente dir, no. Ente dir, no. Wir gucken mal, ähm, also mal auf zu dem Gift. Wo noch niemand war. Wo noch niemand war. Komm, fahr in die Mitte, damit sich auf jemanden zieht. Wo noch niemand. Und jetzt musst du schreiben, ähm, du bringst nur Ärger, den ich nicht will. Trading Ocean Egg. Okay, er denkt sich, whatever. Schreib noch mal, ich bin Elsa. Ich bin Elsa. Geh noch mal mehr zu den Leuten dahin. Ich bin Elsa, hallo. Ich bin Elsa. Im Film interessiert es keinen. Oh, ja, genau. Glaube ich auch. Kann sein gut, dass du es glaubst. Hast du dich jetzt in deinem Haus? Ja, guck mal, wie schnell sie weg ist. Er hat dich in ihrem Haus eingesperrt. Ach, ein Fan ist gekommen. Aber da kannst du doch nicht weglaufen. Ja, ich fand... Ich fand das peinlich. Dann geh mal... Ach, da ist sie ja. Hallo. Hi. Ach, wie süß. Hallo. Ich bin so klein. Hi. Hi, bist du süß. Hi. Ach, wie goldig. Mache ich gerade bei ihr. Ich kann es nochmal schreiben für ein Video. Oh, jetzt sind zwei drin. Das war bestimmt ihre Freundin. Ah, ja. Cool. Also, dann hatten wir das also mit dem Elsa-Kostüm. Okay, gut. So, also. Jetzt machen wir der. Auf zum Weihnachtsmann. Du gehst zum Weihnachtsmann in der Mitte und fragst ihn, warum du dieses Jahr nichts bekommen hast, obwohl du so nett und brav warst. Oh. Dann schaust du, wie die Leute reagieren. Okay. Schreib, hi, Santa, oder? Ich schreib mal, ui. Ja. Bist du alles selber auch wie süß? Ja. Ups. Ja. Okay, na, dann frag mal den Santa. Du kannst das auch diktieren, dann geht es schneller. Ich will. Okay, jetzt bin ich gespannt, was deine Fans sagen. Okay, gemaschen. Wenn du mit Santa sprichst. So, jeder guckt, ey. Ey, waaah. Sie denkt sich okay. Ja. Ich habe jetzt auch einen Kaps. Ja. Und Santa, warum sagst du nichts? Jetzt ist sie sauer. Oh, na ja, Gott. Frag nochmal, ähm, Santa, hallo. Warte auf deine Antwort. Ja, warum antwortet er nicht? Santa, ich warte auf deine Antwort. Hallo. Ich rede mit dir. Ja, der. Hab deine Eltern keine Manieren beigebracht, hink. Wahrscheinlich denkt er sich, wenn du mit seiner Unterhose redest, dann muss er auch nicht mit dir zurückreden. Ist. Wir machen das nächste Dare. Der Santa redet nicht mit dir. Dein Fan ist weg. Ich bin echt. Ich bin echt. Oh, oh, oh. Jetzt kannst du zu ihr gehen und kannst sagen, hey, ich bin alles Ava. Das ist doch auch eins. Warte. Ach ja, hier, du kannst zu ihr gehen. Ich glaube, ich, du bist nicht echt. Hier, schau mal. Ein Dare ist, geh zu einer Person in Adopt Me und mach so, oh mein Gott, bist du alles Ava. Weil es halt du bist. Ja? Du glaubst nicht, dass ich für ein Okie-Gild sei bereit ist, meine Videos zu sehen. Ich bin zu sehen. Er soll. Jetzt sagen die nicht. Dann müssen die in die Gruppe gehen und gucken. Oh, no. Oh, no, 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 no. Du bist nicht Ava. Du bist, schreib mal, du bist Ava. Oh, okay, Ava einfach. Oh, es tut mir leid, du bist die rechte. Okay, du musst zu anderen hinlaufen. Schreib mal, mach gerade Video. Marien wird mit Blutproben, also nicht von mir. Okay, na, dann geh mal zu jemand anderem hin und sag, hey, bist du Ava? Zu ihr, genau. Bist du Ava? Oh mein Gott, sie so. Oh, oh, da ist eine Verrückte unterwegs. Geh zu einer Person und sag einfach, was ist, was willst du? Ich wollte... Die haben nicht gesehen, sind weggerannt. Was willst du? Okay, die geht weg. Okay, dann geh noch mal mehr in die Mitte. Oh mein Gott, was sagen die jetzt? Was ist? Was willst du? Was ist, was willst du, Frau? Was ist, was willst du? Ich glaube nicht, gell? What? Hier kommt immer mehr Besucher, Eva. Nicht? Guck weg. Einfach sehr guter Schluck. Ja, genau. Herzlichgrüße heißt Evelyn. Hey. Hi Evelyn. Was ist das nächste? Das nächste. Hier steht, ich fände adopt me toll, du könntest zu irgendeinem Spieler gehen und sagen, er soll dir dein Pad zurückgeben, dass er gerade gescammt hat. Okay, dann geh mal zu jemandem und frag, gib mir mein Pad zurück. Nur nicht deine Fans, die sind sonst ganz verwirrt und geben dir Gott weiß was. Ich finde hier nur leider keinen. Das ist das Problem. Geh mal, versuch mal einen anderen Server. Gib mir mein Pad back. Gib mir mein Tier zurück. Ja, aber ja. Hier, wir gehen wieder zu dieser Person. Ja. Nehmen wir uns auch diese Person. Gib mir mein Pad back. Jetzt, aber zack ich. Oh, der läuft einfach weg. Soviel von Poa hat ein Arctic Reindeer. Schreib mal, you scammed me. Irgendeiner wird doch jetzt nie mal reagieren, hey. Ich denke, allen ist es egal. Ja. Der kann, denke ich, nicht Englisch sprechen. Plus. Jupp, weg. Weg, okay, die haben alle Angst. Also, allen ist es egal. Sehr interessant. Geh nochmal da hin. Sag mal, you scammed me. Ich guck dich an. Mäh? Mäh? Ja, ich guck dich an. Ja. Auch wenn du was vor deinem Gesicht hast. Dream. You scammed me. So, also, ich denke, diese Mutprobe haben wir sehr einfach verstanden. Ja, da ist nichts passiert. Okay, dann gucken wir mal beim nächsten. Ich mach das doch nochmal mit dem, oh mein Gott, bist du Ava. Und sie so, hm? Hier denkt sie so, der ist Ava. Oh, oh. Das ist nein. Okay. Okay, gut. Oh, ja. So witzig. Bist du Ava? Ava? Bist du Ava? Sie antwortet mir. Schreib mal, are you the YouTuber, Ava? I mean, heißt sie, oh. I mean, heißt du Ava? Sie antwortet mich. Sie antwortet mich. Dir ist alles egal. Vielleicht ist sie AFK. Guck mal, selbst der ist weggegangen mit seinem Rahmen. Okay, also. Das ist, als ob du aussätzig wärst. Okay, wir gucken mal das nächste. Geh mal zu einer Person hin und sag, ich hab dich endlich wiedergefunden. I finally found you again. I finally found you. Okay. Ja. Und? Und? Dann lauf nochmal zu jemand anderem hin. Oh, zur Lana. Endlich hab ich dich gefunden. Warte, oder? Warte. Pets no hang, lol. Nicht dich. Jedem ist es egal. Egal. Das ist doch krass. Dann geh nochmal zu dir, wo ist das deutsche Mädchen hin. Let's say I can't find her. Oh nein. She left. Da, Lana deutsch. Ich hab's doch gesehen. Irgendwo. Schreib mal Lana, endlich hab ich dich gefunden. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, 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 nein. Da steht nicht, dass ich mein Name fand. Okay, dann schreib, endlich hab ich dich gefunden. Endlich hab ich dich wiedergefunden. Jedem ist, was ich schreibe, egal. Egal. Lala, denk mir nicht einfach. Lol. So, dann sollst du jetzt ein schlechtes, das Pad rausholen. Und mal richtig damit rumflexen. Und sagen, guck mal, ich hab das seltenste Pad. Okay, geil. Aber musst du schon schön in die Mitte laufen, bevor du das schreibst, dass es auch jeder sieht. I have the best Pad in Adopt Me. And I know it is us. Okay. Jedem ist es egal. Oh nein. Es ist, als ob die Ava aussätzig wäre. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten und frag mal, wer ist der Impostor? Wer ist der Impostor? Hör dich mal auf mein Dainoxus weg. Wer ist der Impostor, Ari? Es war egal. Schreib mal, are you the Impostor? Warte, ich schreib mal, Gasp. You the Impostor. You the Impostor. Oh. Oh, I don't have a fence. Hi, Sarah. Are you the Impostor? Okay, ich hoffe, das kommt von mir weg. Ja, die denken alle, du bist aussätzig. Noch nicht mal Sarah möchte mit dir reden. Noch nicht mal Sarah schreibt OMG Ava. Sie denkt sich wahrscheinlich, dass es nicht die Ava. Oh, sie fliegt weg. Ja. Sie fliegen. Oh nein, selbst deine Fans laufen weg. Komm, wir machen schnell das nächste der. Okay, gut. Ich würde sagen, dass du dir jetzt noch der letzte der. Das ist dann das letzte. Und zwar 10 Fly Potions kaufen an alle Verschenkten, die Club Ava im Namen haben. Da kann sie gleich das erste kriegen. Also? Evi hat unseren eigenen Real Life Merch übrigens gebartigt. Wo ihr den bekommen könnt, findet ihr unten in der Infobox. Oder sucht einfach mal nach alles Ava Merch. Da kommt ihr zum Merch Me Shop. Oh, cool. So, mal schauen. Ich denke, wir finden jetzt nicht 10. Nee, aber du kannst in den anderen Server zurückgehen. Weißt du, wo deine ganzen Fans vorhin drinnen waren? Da hast du wahrscheinlich größere Chancen. Okay, gut. Also, wir waren eben Emmys Server. Genau. Wir kommen zurück mit Fly Potions. Ich kann auch wieder sagen, guess who's back, back again. Yeah, that's right. Okay, auf. Ah, dang. Mein Lieber. Die erste oder der erste Club Ava, den wir sehen, kriegt eine Fly Potion. Vorhin waren ganz viele. Ja. Yay. Hi, Emma. Schreie mich an, brumm, brumm. So, dann bekommst du eine Fly Potion geschenkt. Hast du denn schon eine gekauft? Hat sie jetzt die Fly Potion? Ich denke, man kann nicht letztendlich festen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, das ist so traurig. Vielleicht geht es nicht, weil du ein Auto bist. Trauriges Problem. Oh, nein. Oh, sie ist weg. Oh, die dachte wahrscheinlich, du willst sie veräppeln. Glaub mir, ich wollte dir was geben. Oh, aber ich würde echt sagen, an der Stelle hören wir jetzt doch auf. Wenn euch das Video gut gefällt, lasst uns einen dicken Daumen nach oben da. Dann können wir gerne noch einen zweiten Teil machen. Und ja, wir sehen euch dann. Beim nächsten Mal bis hier, Lien. Ciao.